Was ist die erste Automaten? Ich habe mich gar nicht mehr nach anderen Automaten erkundigt. Also ich hatte eine Empfehlung vom Kollegen, der sehr zufrieden war mit Ihnen. Und dann hatten wir ja das Erstgespräch und dann haben wir ja auch gleich gestartet mit dem ersten Automaten in unserer neuen Filiale, in der Humboldt. Da konnte ich das ja erst mal testen und erst mal sehen, wie denn der neue Kollege arbeitet. Da war ich ja schon sehr glücklich damit und habe mich auch so gefreut, dass wir jetzt auch hier unseren Automaten haben. Mein Team hat super mitgearbeitet, die haben sich gefreut, sie haben ihn jetzt wirklich lieben gelernt oder waren auch vorher schon positiv eingestellt. Und ich finde ihn halt einfach nur klasse. Für die Kunden, die kriegen ja nicht so viel mit, aber ich finde es halt sehr entspannt, wenn einer mit drei Rezepten kommt, jeweils mit drei Positionen. Ich kann dann das erste Rezept einlesen, kann das bearbeiten, kann mit dem Herrn schon noch ein bisschen Smalltalk machen oder mit der Dame. Ich habe also mehr Zeit für den Patienten, dann sucht man sich die Sachen zusammen und arbeitet einfach einwandfrei. Ich bin rundum zufrieden und kann die Firma Gollmann nur weiter empfehlen.